Moin liebe Freunde, ich bin wieder da. Ich stehe gerade vor der Kontine und ich werde euch heute zeigen, wie die Geschirrückgabe hier funktioniert. Los! Bei der Geschirrückgabe sollte man Besteck vom Teller runternehmen, auf den Tableteken Müll wie Servietten, Trinkbäckchen oder Pappbächer in den Müll werfen. Essensreste können auf dem Teller bleiben. Falsch ist es, wenn ihr den Besteck auf einen Teller bläst und den Müll nicht wegwirft. Auf keinen Fall solltet ihr eure Teller oder Tablets stapeln, denn das ist der häufigste Grund für einen Stau. Und wenn es Stau gibt, bitte eure Tablets in den Tablettwagen stellen. Wenn ein Schild aufgestellt wurde, dass ihr die andere Rückgabe benutzen sollt, stapelt eure Tablets bitte nicht einfach irgendwo. Nun nehmt ihr euch die Zeit und geht zu den anderen Geschirrückgaben, damit wird ihr den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen großen Gefallen.